Moin Leute, es ist wieder euer Cyborg. Willkommen zu einem neuen Video und heute mache ich eine Intro-Abstimmung. Das heißt, ich bin auf der Suche nach einem neuen Intro und habe mir genau drei Intros aus dem... also gemacht halt. Und ja, ihr könnt dann euch die drei angucken und dann hier rechts oben abstimmen, welches ihr von denen das beste Intro findet. Und dann nehme ich das dann auch. Also ja, Leute, viel Spaß mit dem ersten Video. Ich meinte natürlich Intro. Das war das erste Intro und jetzt kommt das zweite Intro. Und was folgt auf das zweite Intro? Fünfte Intro? Ne, nur Spaß. Das dritte Intro natürlich. So Leute, das war's mit dem Video. Lasst Like und ein Abo hier hinten drauf auf meinen Nacken. Und ich würde sagen, haut rein, bleibt cool, denkt kritisch und ciao!